So haben sie mich erst operiert und danach wurde ich in die Frauenklinik weitergeliefert. Da wurden dann Untersuchungen gemacht, Ultraschall, da wurde bestimmt, ob dem Kind was passiert ist oder nicht. Vier Tage später habe ich einen Kaiserschnitt bekommen und habe ich eine Tochter. Gleich nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus muss Judi Turi in die physiotherapeutische Behandlung. Sie ist an zwei Stöcken gelaufen, das heißt eigentlich ist sie gar nicht gelaufen, weil sie sich nicht getraut hat. Sie hatte starke Schmerzen, beide Füße, Unterschenkel waren stark geschwollen und die Fußheber waren auf beiden Seiten fast gelähmt. Wir nutzen da alles aus, was die heutige Trainingstechnik im medizinischen Gesundheitsbereich zu bieten hat. Und bei ihr haben wir damit zum Glück sehr gute Erfolge erzielt. Nach vier Monaten konnte ich wieder laufen, ich kann wieder Fahrrad fahren, ich kann Auto fahren, ich kann arbeiten gehen und ich kann mit meinem Kind sein. Ich bin völlig gesund. Ich bin völlig gesund. Ich bin völlig gesund.